Moin, sind Sie herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Brickfoss! Zusammen mit dem an Holy Rush 1-2-2 und diesmal hab ich wieder Radar vergessen. Welcher Raum ist das nochmal? 28. Okay. Naja, manchmal bin ich halt nicht so ganz der Helle und deswegen. Ich hab meine Meinung schon im Chat geschrieben, pass auf. Ach, er ist zu dumm, ich hab's schon gelesen. Ich bin unfähig, achso. An Howdy? Immer wenn man in Brickfoss dumm schreibt, verschreibt man sich jedes Mal, wenn man dumm schreibt. Ich schreib das immer dann mit einem M. Guck. So seid Sura da ein oder soll ich ein? Mach du, Ladies first. Boys zuerst. Hohoho. An Howdy. Komm mit, komm mit, komm mit. Die kommen hier. Zoom-Auftaktik, komm. Svoli hat Hälfte. Der ist jetzt nicht ernsthaft auf dem Dach, da können wir nicht, da brauchen wir nicht hingehen. Warte, der war auf dem Dach. Da brauchen wir nicht hingehen. Weicht. Du, lass mich mal ganz kurz aufs Dach. Clemens, ein Schuss. Svoli keine Rüstung. Immer musst du, immer musst du mit deinem hessigen Kau... Clemens. Nein, Alter, ich hab nachgeladen. Svoli kein Prämie. Hat er kein Prämium? Nee, ich weiß, ich hab dich grad gefragt. Kein Prämie. Nö, keiner wusste. Wenn ich den Einfluss gibt. Das war einfach, ich kenne mir jetzt mal die. Komm, lass ihn mal aufs Dach, Alter. Komm. Nein, das... Ne, man sagt kein Prämie. Ich muss das mir aufhören. Alter, Svoli ist unten! Und dann, und dann. Ich muss bei meinem Premium jetzt mal aufhören. Ich mach das jetzt mal hier. Nein, Alter, Svoli glitcht gut. Ist der unten? Ja, der ist unten. Und Clemens ist oben. Ich bin mal bloß im Deck unten. Ah ja. Clemens hab ich. Nein, der hat 1 HP. Oh, 7 HP! Ich hab auch kein Prämie mehr. Ich hab noch Prämie und 7 HP. So, gehen wir zu A gleich, oder? Können wir machen. Die kommen von rechts, also ab zu A. Warte mal kurz. Anholy ist so dumm wie Scheiße. Du da, du da. Und der hat dazu ne Meise. Du da, du da, dey. Also, wenn ich mein Mikrofon mute, ne? Ja. Kann ich dich noch hören, du Mistgeburt. Ja, das weiß ich. Die sind hier unten. Ja, dann lass sie durchkommen. Clemens, kein Prämie. LOL. Boah, das ging schnell. Wie hart hast du geaimt, bitte? Komm. Das war grad richtig heftig. Oh! LVP! Nein. Nein! Ich wollte ihn trollen! Clemens, komm, pass auf. Renn. Scheiße. Scheiße! Ja! Hast du Glück gehabt. Ich bin grad noch da. LOL, LOL! Der hat keine Rüstung mehr. Warte mal. Wie ins denn warst du bitte gerade? Clemens hat nix. Ja, der hat... Das sind sie beide! Baba! Hier ist er jetzt richtig geglitscht. Clemens, gruß an dich, mein Süßer. Swally hat Hälfte. Was hast du grad gesagt? Ich hab's übertönt. Äh, Clemens, gruß an dich. Weil der so gut geaimt hat, muss man mal seinen Respekt hier sagen, ne? Das fand ich, das war echt gut gemacht von dem. Beide rechts. Ja, Swally keine Rüstung. Nein, kein Rüstung. Swally Hälfte Leben. Boah. Boah, Junge! Nice game! Swally kein Prämie. Da hat er gut gequitscht. Hab ihn. Okay, nein. 6 HP noch. Und noch Prämie. Also ich mein, KD und Score, ne? Ich will ja nicht pushen, aber... Aber... Ja. Was hat... Was hat Galopo immer gesagt? Ich will ja nicht pushen. Ja, aber bitch, please. Halt er doch immer gesagt, oder? Oh, los! Da hast du... Ja, Swally hat auch keine Rüstung mehr. Ja, der Demons hat aber keine 10... Ich sag mal so 20... 30... Ich mein, ich gesagt, dass ich den mit 100 life ziehe. Ja, okay, das habe ich da. Fuck. Halt die Fresse. Warte mal auf mich. Loll, ich glaube, der einer ist auf dem Dach, der andere glitscht da hinten. Ja, ich mein... Ne, da geh ich lieber mit rein. Ich hab's so hart gefressen, als ob ich mir selbst mein Pimmel ins Gesicht geschlagen hätte. Swally hab ich! Ah! Mein Prämie ist weg. Leul, Alter, Clemens ain't grad die Grafik. Nein, scheiße. Oh, leul, ich hab nix mehr. Come back, come back, come back. Sehr gerade aus wie das Glitch-Duell. Oh, nein! Ich hab... Scheiße geboxt. Swally haben's übrigens von hinten. Ja, ich weiß, ich hab's gesehen im Trummel. Aber Clemens hat gerade nix mehr gehabt. Ja, der hat ungefähr so viel... Also... Der muss ins Gesicht pupsen und der ist weg. Lass mal von unten gehen, oder? Oder? Alter, ich hab... Ich hab die... Komm mal ganz kurz nochmal mit. Schnell! Schnell! Pass auf, dann machen wir folgendes. Du lässt mich jetzt hier übers Dach. Komm! Lass mich übers Dach! Oh, ich kann nicht mehr! Oh, das war jetzt ein 100-Meter-Sprint. Ich glaub, Alter, meine Lunge, Eddie. Deine Lunge ist am zerbersten. Ich weiß schon. Die stört gleich an inkompetenten... Pass auf, ich komm jetzt hier übers Dach! Komm jetzt durch! Komm unten durch! Einer ist nochmal... Und lass mich den Kill! Also ich denke ja mal, ich hab so langsam auch mal wieder ein Kill verdient. Was? Du hast doch erst zwei, sechs, drei. Okay, du hast mehr Assists als Kills und Downs zusammen. Ja, gut. Langsam könntest du wirklich wieder mal ein Kill kriegen. Ja, dann gehen wir nochmal... Hast du gehört? Wir wurden gelobt von Clemens 100. Also Clemens, ja. Du wirst dir das Video sowieso vor mir gucken, weil du ein Fan-Kitty bist. Dein Spaß bist du auch guter Bruder. Und an dieser Stelle danke, dein Lob bedeutet jetzt wirklich sehr viel. Hast du auch so hart gefressen, als ob ich der mit meinem Penis ins Gesicht geschehen hätte. Oh! Ist der Premium weg? Nee, noch nicht. Swolly keine Rösten. Ich kann jetzt in vier Sekunden wieder was machen, ne? Oder weil ich nicht was ein besonderer Pott da ist. Ja, nein! Clemens 10 AP! Clemens 10 AP! Egal. Die kommen nicht mal! Wie lange sind die denn? Die Swolly kommt. Swolly hab ich aber ich hab sogar noch Prämie. Ja, dann lassen wir uns zwar noch den Dicken holen. Hab ich. Prämie aber weg jetzt. Oh Mann. Komm her! Ich bin da. Ich bin übrigens da und meine deine Kadern, damit du es ist, dass du klappen willst. ich meine, ich will da jetzt. Und ja, genau. Um die Ecke, Alter. Das regt mich jetzt ein bisschen auf. Ach komm, wir liegen in Führung. Du hast auch nur 285. Das regt mich jetzt ein kleines bisschen auf. Kommt der von hier? Nö, die sind beide da. Swolly hat nix mehr. Ich hab gefällt am Ende. Swolly hat aber nix mehr. Wahrscheinlich, weil ich dem übel viel gezogen hab, hat er nix mehr. Weil du dem was gezogen hast. Und als soll eigentlich stimmen, als ob ich den Kiel ziehen würde. Einer steht hier rechts, der andere steht da hinten. Ja, ich mein. Übers Dach können wir die nicht mehr lassen, wollte ich übrigens nochmal sagen, weil die Taktik kennen sie ja jetzt. Okay. Clemens trifft auf Entfernung. Besser denn je? Geh mal auf Seite. What? Da sind die Schüsse wie... Da sind die Schüsse... Mein Kill, mein Kill? Nix ist. Nein! Das war aber mein... Er hat nen Kill. Ich bin enttäuscht. Aber wobei, du hast immer noch mehr Assists als Kills unter uns zusammen. Also passt. Ja. Ja, passt. Ich mein... hab ich gesorgt dafür. Ich will ja nicht pushen, ja, aber bitch, please. Die kommen, glaube ich, Aber Clemens holt mir nochmal. Ja! Ja. Du hast es geschafft. Du hast so viele Kills wie Assists unter uns zusammen. Ja, ich bin stolz auf dich. So, Leute. An dieser Stelle nochmal gut gespielt an Clemens100 und Smalley. Noch besser gespielt von GP3050, dem Oberboss und diesem Schuhputzer an Holy Rush. Und ich würde sagen, wenn euch das LP gefallen hat, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Lasst ein Abo oder einen Daumen nach oben da. Und bis dahin, haut rein. Tschö. Tschö.